Okay, let's get started. And you Bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will. Wir sind ja im 21. Jahrhundert und es dürfte eigentlich nichts Besonderes sein. Frauen in Führungspositionen. Frauen als starke Charaktere. In Star Wars muss man gar nicht so lange suchen, um solche Frauen zu finden. Aber trotzdem war das 2016 noch etwas Besonderes. Felicity Jones als Jyn Erso. Die erste Hauptfigur im ersten vollwertigen Star Wars Film abseits der Skywalker-Saga war gleich eine Frau. 15 Jahre. I can't imagine what you think of me. When I was taken, I faced some bitter truths. The last time I saw you, you gave me a knife and loaded blaster and told me to wait in a bunker till daylight. I knew you were safe. You left me behind. You were already the best soldier in my cadre. I was 16. I was protecting you. You dumped me. We call it a death star. And the day is coming soon when it will be unleashed. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? What chance do we have? The question is what choice? You give way to an enemy this evil with this much power and you condemn the galaxy to an eternity of submission. The time to fight is now. May the force be with us. Jin ist für mich aus vielen Gründen ein interessanter Charakter. Sie bietet viele Möglichkeiten, sie gut oder auch schlecht zu finden. Mir ist klar, dass nicht jeder Mensch da draußen es gut und richtig findet, dass es starke Frauen gibt. Das ist mir bewusst. Jin steht in einer Reihe von Star Wars Hauptfiguren wie Luke und Rey, ist aber doch anders angelegt. Dabei ist sie eine Frau, die sich in einer Welt durchsetzt, die durchaus von Männern dominiert ist. Jin Erso steht für einen Menschen, der sich in dem Moment, in dem es darauf ankommt, entscheidet, das Richtige zu tun. Und das nicht aus einem langweiligen, abgehobenen, hellen Schema heraus, sondern geerdet, identifizierbar, geprägt durch eine Geschichte von Rückschlägen, die zum Teil tragisch und heftig sind. Früher Tod der Mutter, Trennung vom Vater, ein Leben als Kindersoldatin und Kriminelle. Dabei bleibt die Bindung zu ihrer Familie entscheidend. Obwohl es ihr aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus schwerfällt, sich auf Fremde einzulassen, knüpft sie doch zu den Leuten um sie herum ein starkes Band des Vertrauens. Bei all dem zeigt sich Jin an der Oberfläche, egoistisch, gleichgültig, dann aber doch tugendhaft und inspirierend. Sie wird zu einer Vorkämpferin, einer Ideengeberin, einer Anführerin. Sie ist es, die es überhaupt erst möglich macht, dass Leia Organa die Todessternpläne überbringen kann und Luke Skywalker den ersten Todesstern zerstören kann. Es ist der Anfang vom Ende des Imperiums. Und so wird Jin im Laufe ihrer Geschichte zu einer Inspirationsquelle, nicht nur für ihre Zeit, sondern auch für nachkommende Generationen. Innerhalb von Star Wars und auch darüber hinaus? Oder ist das alles doch noch zu flach und Jin Erso ist nicht mehr als eine sogenannte moderne Disney-Prinzessin? Das alles nehme ich in dieser Folge auseinander. Und da greife ich natürlich auf den sensationellen Film Rogue One zurück, aber auch auf spannende Details rund um Jin Erso in der Star Wars Literatur. Vor allem in den Romanen, die rund um Rogue One erschienen sind. Darüber hinaus gibt es noch anderes Material, das zeigt, dass Jin ursprünglich noch etwas schroffer angelegt war und für den Film am Ende doch noch etwas glatt gebürstet wurde. Ich bin Kevin, willkommen in der 50. regulären Folge von Bucket Heads. Mit dieser Musik kommt im Dezember 2016 Rogue One in die Kinos. Genau ein Jahr nach Episode 7. Genau ein Jahr, nachdem die Welt Rey kennengelernt hat. Nach unschätzbar wichtigen Charakteren wie Leia Organa und Padme Amidala ist Rey die erste weibliche Heldin, die eine ganze Trilogie der Skywalker-Saga tragen sollte. Jin Erso trägt keine ganze Trilogie, aber den ersten Star Wars-Ablegerfilm fürs Kino. Sie ist dann auch das erste lebende Wesen, das wir in dem Film sehen. In diesem Anfang steckt das Wesentliche drin, worin sich Jin von anderen Star Wars-Hauptfiguren wie Luke und Rey abhebt. Und was sie gleichzeitig verbindet. Luke und Rey wissen am Anfang nicht, wo sie herkommen. Sie wissen nicht, wer ihre Eltern waren. Luke und Rey werden von diesem Nichtwissen in ihrer Heldenreise bis zum Schluss geprägt. Sie suchen nach ihren Eltern und ringen dabei um ihre Identität. Luke kann am Ende sagen, ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir. Rey emanzipiert sich von ihrem genetischen Erbe, ein nachkommendes bösen Chief Palpatine zu sein, und wählt für sich selbst, ich bin ein Skywalker. Bei Jin Erso ist das zum Teil anders. Sie weiß am Anfang, wer ihre Eltern waren. Das betont Jin-Schauspielerin Felicity Jones auf der Star Wars Celebration 2016. There's one major difference between Jin Erso and other Star Wars heroes, Rey and Luke. And that main difference would be that Jin, she's not a character who's asking who am I and where have I come from. We know that about her. We know where she's come from. And that fact is what propels the story and is the beginning of Jin's journey to find out, what her reason is and her cause. Dass Jin weiß, wer sie ist und wo sie herkommt, treibe die Geschichte an und sei der Anfang ihrer Suche nach dem Sinn ihres Lebens. Interessanterweise sagt der geschätzte Lucasfilm-Autor Pablo Hidalgo genau das gleiche über Jin, hier in einem Making-of zu Rogue One. Jin comes at this with an unusual hook and that is, so much of Star Wars is spent with our heroes wondering where they came from, not knowing who their parents are. Jin, she knows where she comes from and that really does define who she is. Als hätten die beiden sich abgesprochen. Ich finde, das stimmt so halb. Gucken wir mal genau auf Jin Erso und ihre Eltern. Der Anfang von Rogue One zeigt uns in den ersten paar Minuten schon eine ganze Menge dazu. Unter anderem Jyns liebende Mutter Lyra, die ihr beim Lebewohl sagen ihren Kyber-Kristall-Anhänger gibt. Du kennst, wo du gehen musst, nicht wahr? Glaubst an die Macht. Lyra glaubt an die Macht und das in einer Zeit, in der Palpatines Imperium alles dafür tut, Erinnerungen an die Jedi auszulöschen und Wissen über die Macht bei sich zu konzentrieren. Im Rogue One-Roman Catalyst wird erzählt, dass Lyra glaubte, dass sie die Macht fühlen kann, vor allem wenn sie bei ihrer Tochter war. Das ist die Idee, dass Leben die Macht erschafft und dass die Macht alle Lebewesen verbindet. Aber Lyra war nicht in der Lage, die Macht in irgendeiner Weise zu manipulieren. Sie war Anhängerin der Church of the Force, eine lockere religiöse Institution, zu der auch Lor San Tekka gehörte und die proklamiert hat, dass der Jedi-Orden wieder aufgebaut werden müsse, sonst könne es kein Gleichgewicht geben. Jyn hat diesen Glauben nicht in all seinen Details übernommen, aber sie hält sich immer wieder an ihrem Kaiberhalsband fest und damit auch an der Verbindung zu ihrer Mutter, den Mut, für den ihre Mutter auch stand, und für ihre Botschaft Vertraue der Macht. Jyns Vater, Galen, hat Lyra sozusagen auf der Arbeit kennengelernt. Im Roman Catalyst wird erzählt, dass Lyra eine Art Geologin war, und als solche hat sie Galen Erso angeleitet, der auf dem Planeten Espinar Kaiberkristalle studiert hat. Das war noch mitten in den Klonkriegen. Galen galt schon als Kind als jemand, der großartig war in Mathematik und Wissenschaften. Und so wurde er als Jugendlicher aufgenommen in eine Art hochbegabten Programm der Republik. Ebenfalls Teil dieses Programmes war Orson Krennic. Er und Galen wurden dabei Freunde, wenn auch ungleiche Freunde. Nach dem hochbegabten Programm trennen sich ihre Wege. Krennic arbeitet im Ingenieurkorps der Republik und steigt flott zum Lieutenant Commander auf. Galen dagegen will als Pazifist mit dem Militär nichts zu tun haben. Sein Spezialgebiet ist Energieforschung, konkret Kaiberkristalle. Deswegen lässt er sich auf den Planeten Volt von einer Firma namens Serpine Industries anheuern. In dieser Zeit gibt es auf Volt aber einen Startstreich, und der Planet, der bis dahin zur Republik gehörte, wird von Anhängern der Separatisten übernommen. Diese nehmen Galen und Lyra gefangen. Ihre Tochter Jyn wird in Gefangenschaft geboren. Krennic wiederum versucht in dieser Zeit in der Republik weiter aufzusteigen und kriegt mit, dass das Militär gerne eine Superwaffe entwickeln möchte. Krennic meint, dass er das hinkriegt, aber er braucht dazu die Hilfe des Energieexperten Galen Erso. Krennic schleimt sich bei Vizekanzler Mars Ameda ein und sorgt dafür, dass die Republik die Ersos befreit. So geraten die Ersos langsam immer mehr in Krennics Abhängigkeit. Dank Krennic ist Galen jetzt auf Coruscant, aber er ist dort eine Weile arbeitslos. Als Pazifist weigert er sich nämlich, für das Militär der Republik zu forschen. Deswegen wird er öffentlich bezichtigt, ein Spion der Separatisten zu sein. Krennic springt Galen zur Seite, um wieder als dessen Retter dazustehen, um bei Galen wieder gut dazustehen. Krennics Manipulationen gehen auch noch weiter. Er besorgt Galen einen Job auf dem Planeten Locori, in dem Galen auch nicht so richtig glücklich wird. Und am Ende der Klonkriege werden Galen und seine Familie dann auch noch fast von Kampftruiden erschossen. Diese Erfahrung traumatisiert Galen und er ist schließlich bereit, sich unter Krennics Fittiche zu begeben. Er arbeitet jetzt auch für das Superwaffenprogramm, das aber offiziell gar nicht so heißt, sondern den Decknamen trägt Project Celestial Power, also ungefähr Projekt Himmelsenergie. Galen denkt, dass er an einer Art Superenergieprogramm arbeitet, dass Welten, die von den Klonkriegen gezeichnet sind, neuen Wohlstand bringen soll. Das ist so ungefähr die Zeit, in der die zweite Rückblende in Rogue One spielt, als Jim zurückdenkt an die Szene in dem Apartment of Coruscant. Galen in grauer imperialer Uniform, Krennic steht da in seiner weißen Uniform und genießt ein edles Getränk. Was ist das, wenn du dich in der Klonkriege bist? Was ist das, wenn du dich in der Klonkriege bist? Ich will immer ihn schützen. Stadust. Nicht immer ändern. In dieser Zeit ist Galen noch einigermaßen glücklich an der Seite von Krennic. Lyra dagegen ist in Bezug auf Krennic und dem angeblichen Energieprojekt die ganze Zeit schon skeptisch. Dank ihr begreift irgendwann auch Galen, dass Krennic seine Forschung für den Bau einer Superwaffe benutzt. Galen ist entsprechend wütend auf Krennic. Wütend, dass er ihn angelogen und ausgenutzt hat. Wütend, dass er, der Pazifist Galen, unwissentlich an einer Waffe gearbeitet hat. Galen ist dabei inzwischen so verwoben in Krennic's Netz, dass er nicht einfach offen mit ihm reden kann und einfach gehen kann. Den Ursos bleibt nur noch, Hals über Kopf von Coruscant zu fliehen. Dabei hilft ihnen der Rebell Saw Gerrera. Er bringt sie nach Lamu, den Planeten, auf dem wir die Ursos am Anfang von Rogue One sehen. In diesen Szenen ist Jyn acht Jahre alt. Und jetzt kommen wir wieder auf den Unterschied zurück zwischen Jyn auf der einen Seite und Luke und Ray auf der anderen Seite. Das, was Felicity Jones und Pablo Hidalgo gesagt haben. Natürlich weiß Jyn massig mehr über ihre Eltern, als Luke und Ray es am Anfang wissen. Aber was genau aus ihrem Vater geworden ist und was er gemacht hat, das weiß sie nicht. Und das ist entscheidend. Und da ist Jyn doch ein bisschen wie Luke und Ray. Die Frage nach den Eltern, die Suche nach Jyns Vater, treibt die Geschichte erst richtig an. Und vor allem das Ergebnis dieser Suche. Als Jyn in Rogue One auf Yavin 4 von den Führungskräften der Allianz auseinandergenommen wird, wird sie von Cassian Endor gefragt. Aus dem Film heraus wissen wir, dass Jyn die Existenz ihres Vaters am liebsten ignorieren würde. Schluss, Aus, Punkt, Vergessen. Der Roman Rebel Rising geht da noch ein bisschen weiter und gibt dem eine zusätzliche Note. Da heißt es, dass Jyn über lange Zeit richtig wütend auf ihren Vater ist. Und zwar wütend darüber, dass er nie versucht hat, sie zu holen. Nie versucht hat, sie rauszuholen aus diesem Bunkerloch auf Lamu. Rebel Rising ist übrigens der Roman, der die Jugend von Jyn Erso erzählt. Ziemlich genau von dem Zeitpunkt an, als Saw Gerrera sie auf Lamu eben aus diesem Bunkerloch herausholt und mitnimmt. Bis sie dann in Rogue One für die Allianz arbeitet. Dagegen erzählt der Roman Catalyst eher so die Vorgeschichte von Jyns Eltern Galen und Lyra und zu einem großen Teil auch von Orson Krennic. Im Film ist die Botschaft der Rebellen auf Yavin, dass ihr Vater noch leben könnte, erstmal gar nicht der Hauptmotivator für Jyn. Sie arbeitet am Anfang in erster Linie deswegen für die Rebellen, weil Mon Mothma ihr sagt, wenn du uns hilfst, sorgen wir dafür, dass du freikommst. Für die Rebellion und ihre Werte hat Jyn im Film erst einmal nichts übrig. Die Romane zu Rogue One arbeiten aus, wie sie zu dem geworden ist. Und das erzähle ich euch jetzt. Das führt mich dann auch wieder zurück zu dem Gedanken, ist Jyn wirklich so viel anders als Luke und Rey? Nachdem Krennic Jyns Mutter hat töten lassen und Jyns Vater entführt hat, ist Jyn ein acht Jahre altes Mädchen, das in erster Linie Angst und Unsicherheit verspürt. Auch Saw Gerrera verzweifelt eine ganze Weile an ihr. Hier im Roman Rebel Rising will er Jyn vermitteln, wir sind hier sicher. Doch Jyn denkt Das ändert sich erst, als Jyn älter wird und die beiden länger zusammen sind. Jyn beobachtet Saw beim Kampftraining und überlegt sich, das will ich auch können. Es war nicht nur das Moment, dass Jyn realisiert warum, wenn die Empire gekommen ist und die Troopern waren, und die Troopern waren closing in. Her Mutter hat Kampftraining kamen Saw. Es war nicht nur weil er ihr Freund, obwohl das war ein Teil von ihrer Meinung. Es war weil sie das. Kann ich mich wie das? Jyn asked. Bei diesem Training bringt er ihr auch diesen einen Satz bei, den Jin später im Film zitiert. Je länger die beiden zusammen sind, desto mehr wächst Jin Saw ans Herz. Eine Kämpferin aus Saws Rebellengruppe sagt einmal zu Jin. Umso erschütterter ist Jin, als Saw sie eines Tages zurücklässt. Das, was sie Saw im Film vorwirft. Diese Szene wird im Roman Rebel Rising genauer geschildert. Jin, Saw und ihr Team sind dabei auf dem Planeten Tam Z Prime, um eine Munitionsfabrik des Imperiums auszuspionieren. Sie werden dabei von einem Rebellen namens Reese Talent betrogen, der übrigens vermutet, wer Jin wirklich ist. Das, was Saw im Film sagt, nämlich... Im Roman sorgt der Verrat durch Talent dafür, dass Saws Rebellengruppe in der Falle sitzt und sich freikämpfen muss. Saw sagt Jin dann, dass sie sich in einem Bunker verstecken soll, bis er sie am nächsten Morgen abholt. When she added up all the facts of her situation, Jin was left with a simple truth. She couldn't stay there. But she had no way to leave. Saw had told her to wait until the next day. She curled up on the ground of the bunker and closed her eyes, waiting for the nightmare to be over. She had hidden in a hatch before, had waited a day, and Saw had come for her. Tja, dieses Mal kommt Saw nicht zurück. Acht Jahre lang war sie bei ihm. Er wurde zwar immer paranoider und Jin war auch immer wieder angewidert von Saws brutaler Kriegstaktik. Doch Jin hat ihn durchaus wie einen zweiten Vater betrachtet. Und aus ihrer Sicht hat jetzt auch ihr zweiter Vater sie im Stich gelassen. Entsprechend schwer fällt es Jin, die inzwischen 16 ist, wieder irgendwo anzudocken. Sie flieht von Tamzi Prime und schließt sich einer Frachterpilotin und ihrem Sohn an. Die beiden heißen Akshaya und Hedda Ponta. Die beiden sind aus zwei Gründen wichtig für Jin. Akshaya ist eine reine Pazifistin, die in Jin durchaus Werte wieder wachruft, für die Lyra vielleicht schon die Grundlage gelegt hat, zum Beispiel das Leben wertschätzen. Und der junge Hedda ist dagegen eher ein rebellischer Draufgänger und er wird Jins erste Liebe. Hedda und Akshaya kommen später bei einem Gefecht zwischen Rebellen und Imperium ums Leben. Und Jin weiß noch nicht einmal, wer dabei den tödlichen Schuss abgegeben hat. Unter anderem deswegen ist sie sauer, sowohl auf das Imperium als auch auf die Rebellen. Und sie kommt zu dem Schluss, dass es besser wäre, wenn man nicht kämpft. Sie benutzt das Bild von einem Riesen und Ameisen. Das Imperium sei ein Riese und die einfachen Leute die Ameisen. Der Riese würde die Ameisen ignorieren, doch der Rebell Saw Gerrera habe dafür gesorgt, dass der Riese mit dem Fuß aufstampft. Daraus zieht Jin den Schluss, es wäre besser, wenn es die Rebellion gar nicht geben würde. Rebellen. Everywhere she went, they followed. Mucking it all up. Bringing the Empire down on the people who didn't want to get involved. Why couldn't people just be people? Why did they have to be on one side or another? If everyone would just stop caring so much, maybe the galaxy could actually find the peace everyone claimed they wanted. Da ist sie, diese Haltung. Es sei besser, wenn einem Dinge egal sind. Denn wenn die Leute sich gegenseitig in Ruhe lassen, dann könne es vielleicht Frieden in der Galaxis geben. Im Film drückt Jin diese absichtliche Ignoranz im Gespräch mit Saw Gerrera aus, nämlich als der sie fragt, Jin, was willst du eigentlich? So, was ist es, was du willst, Jin? Sie wollten eine Introduktion, aber sie haben es. Ich bin jetzt raus. Der Rest von euch können tun, was ihr wollen. Du weißt nicht, was du willst. Die Grund? Geräusche? Die Allianz, die Rebellen, was auch immer, was du dich heute nennen möchtest. Sie sagt, alles, was die Rebellen mir gebracht haben, ist Schmerz. Aus dem Film heraus wissen wir, sie hat ihre Eltern verloren, sie hat Saw Gerrera verloren und aus den Büchern wissen wir zusätzlich, sie hat außerdem ihre erste Liebe verloren, den jungen Hedda Ponta und dessen Mutter, die Pazifistin Akshaya Ponta, bei der Jin eine Zeit lang leben durfte, bevor die beiden in einem Gefecht zwischen Imperium und Rebellen getötet wurden. Saw fragt dann sinngemäß, Jin, wie könntest du es ertragen, wenn das Imperium alles kontrolliert? Und nichts könnte Jins Haltung besser ausdrücken, als dieser kurze Wortwechsel. Saw leitet dann die Wände in Jin ein. Er zeigt ihr die holographische Botschaft ihres Vaters. Der Vater, den Jin seit acht Jahren nicht gesehen hat, der Vater, auf den sie wütend war, weil er, wie sie glaubte, nicht versucht hat, sie zu holen. Jinn, mein Stardust. Stardust. Warum Galen Jinn so nennt, wird übrigens im Roman Catalyst erzählt. Als sie ein Baby ist, schaut Galen in ihre Augen und sieht darin eine Art Glitzern, eine Struktur, die ihn an Sternenstaub erinnert. Das geht leider in der deutschen Übersetzung völlig verloren. Da nennt Galen Jinn mein kleiner Stern. In der holographischen Botschaft erklärt Galen Jinn dann, warum er sie nie wieder versucht hat zu kontaktieren. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort gelernt. Ich habe das Wort gemacht. einem Beden-Mann-Rechlein in der Sancturie von seinen Arbeit. Ich habe mich nicht mehr verletzt. Und während ich die Grunde für meine Revenge. Wir nennen es die Death Star. Es gibt keine bessere Namen. Und die Zeit wird bald kommen, wenn es wird erinnert. Ich habe eine Schwierigkeit tief in den System. Eine Schwierigkeit so klein und powerful, dass sie nie finden. Aber Jyn, Jyn, wenn du hörst, mein Lieber, so vieles von meinem Leben wurde verletzt. Ich versuche, dich zu denken, nur in den Momenten, wenn ich stark bin, weil der Schmerz, nicht zu haben, dich mit mir. Deine Mutter, unsere Familie, die Schmerz dieser Verlust ist so überwältigend, ich rischere, zu verlieren, sogar jetzt. Es ist einfach so schwer, nicht zu denken, dich zu denken. Denk an, wo du bist. Hier erfährt Jyn zum ersten Mal, ihr Vater wurde gezwungen, am Todesstern mitzubauen. Er hat sich geopfert, damit das Imperium Jyn nicht findet und dass er diese Schwachstelle im Todesstern einbauen kann. So, die Reaktor Module, das ist die Chie. Das ist die Stelle, wo ich meine Schmerz habe. Es ist gut geblendet und unmögliche. Ein Blast-Jrn, eine Partie von es wird, die ganze Station verletzt. Ihr braucht die Pläne, die Strukturen Pläne für die Death Star, um den Reaktor zu finden. Ich weiß, dass es eine complete Engineering Archive in der Databault, an der Citadel Tower in Scarif. Das ist also die Initialzündung für Jyns Wende. Die Erkenntnis, ihr Vater hat sich geopfert. Aber der Zweck dieses Opfers ist noch nicht erfüllt. Der Todesstern ist ja noch da. Warum es sinnvoll ist, den Todesstern zu zerstören, erlebt Jyn direkt danach, als das Imperium damit einen erheblichen Teil von Jedha zerstört. Danach, im U-Wing mit Cassian, K2SO, Bodhi, Chirrut und Baze, sehen wir, dass sie ihre Überzeugung gefunden hat. Wir können die Leute, die das getan haben, besiegen. Nein. Wir können die Leute, die das getan haben. Mein Vater. Ich habe es gesehen. Sie nennen es die Death Star. Aber sie haben keine Ahnung. Es gibt eine Art, um ihn zu zerstören. Du bist falsch über meinen Vater. Er hat es gebaut. Weil er wusste, dass sie es ohne ihn tun würden. Mein Vater hat eine Wahl gemacht. Er hat sich für die Rebellion gebrannt. Er hat eine Trap in der Nähe gebrannt. Das ist, warum er dich hat, um diese Message zu bringen. Damit auch die Rebellen-Allianz davon überzeugt werden kann, will Jyn jetzt ihren Vater aus dem Imperium herausholen. Und später wächst daraus Jyns Überzeugung, wir müssen selbst nach Scarif und die Pläne besorgen. Und auf diesem Weg wird sie zu einer Anführerin der Rebellen. Und hier komme ich wieder auf Felicity Jones und Pablo Hidalgo. Von wegen, anders als Rey und Luke, muss Jyn nicht erst erfahren, wer ihre Eltern waren, damit ihre Geschichte richtig losgeht. Aber doch, ey! Erst als Jyn erfährt, was ihr Vater wirklich getan hat, startet sie den bedeutenden Teil ihrer Story. Hier wird Jyn zu einer echten Heldin in der Tradition von Star Wars. So wie Luke, Rey, Anakin und viele, viele andere. In dem Moment, in dem es darauf ankommt, entscheidet sich Jyn, das Richtige zu tun, das Gute zu tun. Und das nicht aus einem langweiligen, abgehobenen Heldenschema heraus, sondern durchaus geerdet und für mich auch identifizierbar. Damit das funktioniert, ist wichtig, dass ihre Schwächen gezeigt werden. Zum Beispiel, sie ist im Umgang mit anderen zum Teil rau. Über K2SO sagt sie abfällig. Auf der anderen Seite steckt sie auch Witze auf ihre Kosten ein. Zum Beispiel, als sie auf Wobani aus dem Gefangenentransporter befreit wird und sie versucht abzuhauen, wird sie von K2SO aufgefangen. Das ist außerdem eine Szene, die zeigt, dass Jyn auch immer wieder auf die Mütze kriegt. Mal relativ gut verschmerzbar, so wie hier, mal aber auch richtig tragisch und heftig. Viele solcher Szenen habe ich schon genannt aus Rogue One, aus den Romanen. Und hinzu kommen noch Momente wie der auf Idou, als sie gerade nach acht Jahren ihren Vater wiedergefunden hat, nur damit der direkt in ihren Armen verstirbt. Ich habe deine Message gesehen. Das Hologram, ich habe ihn gesehen. Es muss sich verabschieden sein. Ich weiß, ich weiß. Wir werden. Jyn. Schau an dich. Ich habe so viel zu erzählen. In solchen Momenten können wir Zuschauer uns in Jyn reinversetzen. Wir können mit ihr leiden. Und dann sehen wir, wie aus ihr eine richtige Heldin wird. Heldin auch im Sinne der Definition, dass eine Figur gewisse Tugenden verkörpern muss. Diese klassischen Heldentugenden sind Ehrlichkeit, Mitleid, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Aufopferung, Ehre und Demut. Gucken wir mal, ob diese Tugenden auf Jyn zutreffen. Demut haben wir in solchen Momenten gesehen, in denen sie so richtig auf die Mütze kriegt, wenn sie am Boden liegt. Ehre erlangt sie durch ihre Taten, sichtbar in Anerkennung durch andere, wie zum Beispiel Baze Melbus, als der zu ihr sagt, kleine Schwester. Hier spielt auch wieder ein klassisches Star Wars Motiv rein. Allein ist immer doof, zusammen klappt alles besser. Und das wiegt bei Jyn ja umso schwerer, weil es ihr aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus so schwer fällt, sich auf Fremde einzulassen. Verlust führt zu Angst von neuer Bindung. Trotzdem knüpft sie doch zu den Leuten um sie herum ein starkes Band des Vertrauens. Ohne dieses Vertrauen und aufeinander verlassen, würde die ganze Operation auf Scarif nicht funktionieren. Nächste Heldentugend, Mitleid. Im Feuergefecht in Jeddah City riskiert sie ihr eigenes Leben, um ein Kind zu retten. Tapferkeit. Auf Idu klettert Jyn allein diese unfassbar hohe Leiter hoch und dringt in eine imperiale Basis ein. Ehrlichkeit. Als Jyn im Landeanflug auf Scarif ihre Ansprache an die Rogue One-Truppe hält, erzählt sie ihnen keine Märchen, sondern sagt ihnen, dass sie durchaus scheitern können. Gerechtigkeit. Als das Imperium Jeddah City zerstört hat, sagt sie, wir können die Leute schlagen, die das getan haben. Also sinngemäß, wir ziehen die zur Rechenschaft. Aufopferung? Naja, das ist ja klar. Die ganze Mission nach Scarif, der ganze Film Rogue One, ist eine einzige Geschichte der Aufopferung. Und da ist Jyns Tod am Ende der Höhepunkt der Aufopferungen. Jyn erfüllt also im Laufe des Films alle heldenhaften Tugenden. Dabei ist sie mehr als nur eine Protagonistin, im Sinne von einer Hauptfigur eines Films, die sich mit einem Antagonisten auseinandersetzen muss, sondern Protagonistin auch im Sinne einer Vorkämpferin, einer Ideengeberin, einer Anführerin, die inspiriert. Um eine Ideengeberin zu sein, sollte jemand idealerweise selbst eine starke Überzeugung besitzen. Die findet man am Anfang von Rogue One bei Jyn nicht. Ihre Überzeugung ist tief begraben unter ihrer mir-ist-alles-egal-Haltung und sie kommt im Film für mich relativ plötzlich raus, diese Überzeugung. Die Romane zu Rogue One erzählen uns aber nachträglich, dass diese Überzeugung schon lange in ihr angelegt ist. In einer Szene, in Rebel Rising, sieht sie, wie auf einem Planeten eine Spezies unwürdig behandelt wird und Beistehende kommentieren das mit, tja, sie haben es nicht anders verdient, das sind halt Tiere und Jyn protestiert dagegen, zumindest innerlich. Das sind Menschen, Jyn hat vizieus. Nicht Tiere. Aber sie hat eine Worte nicht gesagt. Ein Stichwort dabei ist auch wieder ein zwischenmenschlich hochrelevantes. Vertrauen. Dieses Wort fällt in Rogue One immer wieder. Lyra sagt zu Jyn, Trust the Force. Und Jyn sagt zu Cassian, Trust goes both ways. Hier appelliert eine Anfang-20-Jährige an einen doch ein paar Jahre älteren Veteranen und bewirkt etwas. Aber ihren Premium-Moment als Ideengeberin hat Jyn in Rogue One natürlich in der Basis auf Yavin 4, im Rat der Rebellenallianz, als die Rebellion droht, auseinanderzubrechen. Wenn es Krieg ist, dann kämpft sie alleine. Wenn es so geht, dann haben wir eine Allianz. Dann stellt Senatorin Tinra Pamlow von Taris diese Frage und bietet Jyn damit die Bühne für ihre große Rede. Sie sagt, wenn ihr einem Feind nachgebt, der so böse ist und so viel Macht hat, dann verdammt ihr die Galaxis zu ewiger Unterwerfung. Durch diese ultimativen Größenordnungen, Ewigkeit und die ganze Galaxis, stuft sie die drohende Gefahr als größtmöglich ein. Und dann untermauert sie ihren Appell durch ein konkretes Argument. Das Imperium hat mit dem Todesstern ja schon Jeddah zerstört. Damit hat sie die Aufmerksamkeit und aus dem Raum kommt die Frage, was schlägt sie vor? Und Jyn kann ihren Appell platzieren. Und dann greift Jyn das auf, was Kersian ihr auf Jeddah mitgegeben hat. Die Anführerin der Allianz, Mon Mothma, entscheidet dann, Jyns Plan abzulehnen. Doch wir wissen ja alle, wie das weitergegangen ist. Ich würde gerne volunteer. Ich könnte mich nicht beantworten, wenn ich jetzt aufhörte. May die Forse mit uns sein. Rogue One. Pulling away. Pulling away. Night at home. Are we blind? Deploy the garrison! Move! Sir, it's Garif Base. They're reporting a rebel incursion. Prepare for the jump to hyperspace and inform Lord Vader. I need to speak with Admiral Rattus. He's returned to his ship. He's going to fight. This is Admiral Rattus of the Rebel Alliance. All squadron leaders report in. I've got it! Careful! The Force is with me. I want to force the Force is with me. I want to force the Force is with me. Reverse engines! Full power! Transmissions! Transmissions received. Admiral, we have the plans! She did it! And we fire when ready. Rogue One. May the Force be with you. Damit wurde Jyn Erso zu einer Vorkämpferin, zu einer Inspirationsquelle. Nicht nur für ihre Zeit, sondern auch für nachkommende Generationen. Dank ihrer Entschlossenheit und ihrem Mut findet die Rebellen Allianz die Schwachstelle im Todesstern, die ihr Vater Galen Erso hinterlassen hatte. Luke Skywalker kann den Todesstern zerstören. Die Rebellen Allianz zersplittert nicht weiter oder löst sich gar auf, sondern sie wird eine richtige, stabile Allianz, die fünf Jahre später in der Schlacht von Jakku das Imperium endgültig besiegt. In vielen Star Wars Geschichten, die seit Rogue One herausgekommen sind, beziehen sich Figuren immer wieder auf Jyn. Luke Skywalker lässt sich von Jyn Erso und Rogue One erzählen. Im Comic The Ashes of Jedha sinniert er darüber, wie viel für sie schiefgelaufen ist, wie viel sie geopfert haben, nur damit er diesen einen Schuss abgeben kann. Und später benennt er ja seine Rogue Staffel nach Rogue One, wobei das schon absurd kompliziert ist, dass es Rogue Squadron schon lange gab in den Legenden, bevor es später im Kanon Rogue One gab und dann nachträglich wurde das miteinander verknüpft. Ihr wisst schon, was ich meine. Auch in anderen Geschichten wird Jyn immer wieder erwähnt. In der Kurzgeschichte Heroes of the Rebellion im Buch From a Certain Point of View zu Das Imperium schlägt zurück. Da wird erzählt, dass eine Journalistin die Rede, die Jyn in der Basis auf Yavin 4 gehalten hat, aufgezeichnet und verbreitet hat. Diese Aufnahme haben dann junge Leute wie die Pilotin Chessna Tschertik aus der Trilogie Alphabet Squadron gesehen und Chess wurde dadurch inspiriert, sich den Rebellen anzuschließen. Dabei ist Jyn Erso eine Frau, die sich in einer Welt durchsetzt, die von Männern dominiert ist. Über das Imperium müssen wir gar nicht reden. Das ist ja tendenziell schon immer ein Club der alten weißen Männer gewesen, auch wenn es dort inzwischen starke Frauen gibt, wie zum Beispiel Großadmiral Ray Sloan, aber die spielt ja hier in Rogue One keine Rolle. Auf der Seite der Rebellenallianz sieht es zu Jyns Zeit besser aus, mit Mon Mofma an der Spitze und weiteren Frauen in allen möglichen Rollen. Allein in Rogue One sehen wir weitere Senatorinnen, Pilotinnen und Soldatinnen. Aber das komplette Militär- und Spionage-Kommando, das wir auf Yavin 4 sehen, das ist männlich. Und die Rogue One-Kerntruppe, die Jyn nach Scarif führt, das sind auch alles Männer. Wenige Ausnahmen wie Corporal Maddell und Corporal Timka, die gehören gar nicht zur Kerntruppe, sondern die werden in der Schlacht von Scarif von Staffelblau als Verstärkung abgesetzt. Die Pilotin, die das hier gesagt hat, heißt übrigens Jaldeen Garams, Blau 3. Nur mal so, vielleicht braucht man das ja irgendwann in irgendeinem Quiz. Jedenfalls, all das ist Jyn Erso, eine perfekte Heldin. Aber hätte sie nicht auch noch mehr sein können, vielleicht sogar sein müssen? Wir wissen, dass Rogue One in verschiedenen Produktionsphasen mehrmals geändert wurde. In ersten Skripten war zum Beispiel geplant, dass Jyn und Cassian überleben. Es hielt sich lange die Idee, dass ein Rebellen-Shuttle sie von Scarif abholt und sie dann im All die Todessternpläne an Prinzessin Leias Korvette übermitteln. Dann kommt Darth Vader Sternzerstörer, vernichtet das Shuttle und verfolgt Leias Schiff. Jyn und Cassian konnten sich rechtzeitig mit Rettungskapseln absetzen. All das wurde ja gestrichen, um das Opfer, das die Rogue One-Gruppe gebracht hat, noch größer zu machen. Genauso wurde offenbar auch Jyns Charakter noch geändert. Sie sollte eigentlich schon Teil der Rebellen-Allianz sein. Erste Actionfiguren legen das nahe, da trägt sie den Namen Sergeant Jyn Erso. Und genauso sollte ihr Charakter auch noch etwas schroffer sein, etwas hansoliger. Es gibt diesen Moment in einem der Trailer von Rogue One, als Jyn sagt Da steckt diese Unruhestifterin drin. Jemand, der Teil der Rebellion ist, aber den Kurs der Vorgesetzten nicht immer mitträgt und der seinen eigenen Kopf durchsetzt. Frühe Werbung für Rogue One stellt Jyn auch als eine Rebellin dar, ohne großes, sinnstiftendes Ziel. Wie sie da im Trailer auch auf General Draven reagiert, dieses Sir, was sie am Ende sagt. Da ist eine herablassende Haltung gegenüber Autoritäten drin. Jyn ist wütend und auch ein bisschen runtergekommen und verwahrlost. So ein bisschen wie Han Solo, der scrappy-looking Nerf-Hurder. Der charismatische Mistkerl, der aber doch ein gutes Herz hat. Doch diese Rebelligkeit aus dem Trailer ist bei Jyn im Film so nicht mehr drin. Jyn wirkt im Film eher gleichgültig. Der schroffe Charakter im Vergleich zum Trailer ist etwas verwässert. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung drüber sein, wie man das findet. Man kann entweder sagen, hier ist eine Frau, die eben nicht das Abziehbild einer männlichen Figur ist. Sie ist auf ihre Art einzigartig. Man kann aber auch kritisieren, warum darf eine Heldenfrau nicht auch so schroff sein wie Han Solo? Warum wurde Jyn nicht auch ein Miststück, moralisch nebulös, zeitweise auch abstoßend, aber mit einem guten Herzen, so wie Han Solo? Das kann man fragen. Auf der anderen Seite kann man genauso gut fragen, warum gehen die Autoren bei der Heldin Jyn Erso nicht noch einen Schritt weiter in die andere Richtung, in die weiblichere? Warum wird sie nicht noch mehr zu einer ausdrücklich weiblichen Heldin? Jyn muss in Rogue One kein Problem überwinden, das genuin ein Problem einer Frau ist. Was Jyn passiert, hätte genauso gut jedem Mann passieren können. Ich denke beispielsweise an solche Problemfelder. Sie wird von Männern unterschätzt, weil sie eine Frau ist. Sie kommt vielleicht an gewisse Dinge gar nicht dran, weil sie eine Frau ist. Oder warum hat sie nicht auch eine Rivalin? Spannendes Feld, immer wieder Rivalität unter Frauen. Das kann man bestimmt auch in Star Wars beackern, ohne dass es zu sehr in Klischees abdriftet. Aber dass das klar ist, ich will mir diese Kritik jetzt gar nicht zu eigen machen. Im Gegenteil, ich nehme die Geschichten gerne so, wie sie mir präsentiert werden. Und ich habe ja in dieser Podcast-Folge ausgiebig dargestellt, was ich an der Figur Jyn Erso so gelungen finde. Unter anderem, dass sie sich als weibliche Heldin in Star Wars in einer Welt von Männern durchsetzt. Es wird zwar nicht ausdrücklich so ausgesprochen, nicht ausdrücklich so thematisiert, aber es wird gezeigt. Und vielleicht ist das ja gar nicht schlecht, dass es nicht nochmal ausdrücklich thematisiert wird, dass da keiner kommt und sagt, ey Jyn, du als Frau, was willst du eigentlich unter uns Männern? Das macht ja keiner. Und das wiederum könnte ja auch eine Haltung widerspiegeln, die durchaus wertvoll ist. Nämlich diese Haltung, na selbstverständlich haben wir eine Frau im Mittelpunkt und klar kann die sich gegen Männer durchsetzen. Klar kann die Männer anführen, da müssen wir doch gar nicht drüber reden. So eine Selbstverständlichkeit könnte vielleicht dazu beitragen, dass so eine Haltung irgendwann Normalität wird. Übrigens, Jyn Erso, Schauspielerin Felicity Jones, hat zu dem Thema auch etwas gesagt in einem Interview mit der Zeitschrift Glamour. Da sagte sie, sie spiele in Rogue One eine Disney-Prinzessin. Wenn man will, kann man das jetzt schön aus dem Kontext herausnehmen, in irgendein YouTube-Video packen und so tun, als hätte sich Felicity Jones abfällig über Star Wars geäußert und über die Figur Jyn Erso und den Einfluss von Disney. Aber die Schauspielerin ergänzt in dem Interview, Jyn sei eine Prinzessin, aber eine zeitgemäße Kick-Ass-Prinzessin. Sie sei am Anfang des Films wie ein verwundetes Tier, sagt Felicity Jones und das finde ich ein sehr passendes Bild. Es gäbe Momente, in denen Jyn umgehauen wird und sie kämpfe darum, wieder aufzustehen. Der Regisseur Gareth Edwards habe sehr darauf geachtet, dass Jyn nicht perfekt sei, dass man den Menschen in ihr erkenne. Und Felicity Jones betont noch etwas ganz Interessantes, nämlich Jyn sei in Rogue One nicht sexualisiert. Und das stimmt, sie ist überhaupt nicht sexualisiert, wie es Padme und Leia stellenweise wurden. Padme denkt mal an Episode 2 in der Arena von Geonosis, bauchfrei, und Leia Episode 6 in ihrem goldenen Bikini. Bei Jyn sind noch nicht mal die Arme nackt, noch nicht mal am tropischen Strand von Scarif hat sie ein kurzes Shirt an oder so. Im Gegenteil, Jyn hat dieses praktische Outfit mit Handschuhen, Gebrauchsgürtel, langen Hosen und einem langärmeligen Top. Da können wahrscheinlich mehr Menschen da draußen sagen, hey, die sieht ja aus wie ich, ich will sein wie Jyn. Besser, als wenn sie in Hotpants durch den Film rennen würde. Felicity Jones vergleicht dann noch sich und Jyn Erso mit Sigourney Viva in Alien und Jennifer Lawrence in den Tributen von Panem. Das seien auch Frauen, die in Actionfilmen eine führende Rolle eingenommen hätten. Und da sieht sie sich auch in einer Reihe mit Ray-Darstellerin Daisy Ridley, sagt Felicity Jones. So, liebe Auserwählten, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre doch jetzt mal ein guter Zeitpunkt, bei iTunes eine Bewertung abzugeben und was Nettes dazu zu schreiben. Und wer den Podcast unterstützen will und mehr davon möchte, der beste Weg dahin ist, auf Patreon vorbeizuschauen und mich dort zu unterstützen, so wie es viele andere schon tun. Herzlichen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.